So, Hallöchen, herzlich willkommen zu Horizon Zero Dawn. Ich bin der Franconia. Wir sind jetzt hier wieder an der Jägerloge und ich muss gestehen, ich habe gestern dann doch nochmal im Internet nachgeschaut. Mit diesen Bröhröcken, wie ich die besiegen kann. Und zwar habe ich immer auf den falschen Behälter geklickt, beziehungsweise anvisiert. Den haben wir dann abgeschossen, hat auch funktioniert, aber es hat halt nichts angezeigt. Es ist folgendes, diese Behälter, wo wir eigentlich abschießen müssten, die ist, ja ich nenne es jetzt mal beim Bröhröcken, gegen der Bauchseite, wo schon Richtung Schwanz geht. Und das sind so ganz kleine Behälter und die müssen wir nämlich abschießen. Und ja, da sind wir jetzt hier heute und versuchen jetzt nochmal diese Schockprüfung mit der Glutzonne abzuschließen. Bei dieser Prüfung musst du Bröhröcken mit Schockmunition betäuben und Teile von ihrem Unterbau abschießen. Also los! Ja. Wunderbar. Rutsch ein Seil runter und die Zeit läuft. So, dann werden wir mal gleich nochmal ins Inventar gehen. Waffen, wo haben wir die Schock-Jungs? Katscha, wo haben wir, wo haben wir? Ist das Schattenschleuder? Irgendwie zeigt der doch nicht alles an, oder bin ich jetzt blöd? Äh, Eis. Schockpfeile. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt da ausgerüstet habe. So, ich geh nochmal. Irgendwas stimmt jetzt hier mit dem Inventar, um ehrlich zu sein. Ah, hier, E-Zettler, warte mal. E-Zettler, okay. Schattenseilwerfer. Ne, da sind wir doch, glaube ich, mit dem gut bedient. So, genau. Dann checken wir mal. Um diese Maschinen überbrücken zu können, muss ich weitere Brutstätten aufsuchen. Yo. Ui, so, ich probiere noch so, glück. Fuck. 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 So. Nämlich diese Teile. Ja! Fuck. So. Nochmal den kritischen Treffer. So. Nochmal den kritischen Treffer. Das hat doch recht geil geklappt. Lohe. Lohe. Das sind die Lohe Behälter gewesen. Sehe ich das richtig? So. Kümmert euch einfach um eure Sachen. Ja genau. Kümmert euch um euren Scheiß. So. Wir rüsten nochmal alles aus. Hat sehr sehr gut geklappt. Muss ich sagen. Siehst du? So leicht kann es gehen, Alter. So leicht kann es gehen, hat er gemeint. So. Den Kollegen möchten wir natürlich nicht nochmal noch stören. Deswegen holen wir uns das noch ab. Feuerbrüder rücken. Handhabung 54, Alter. So. Hier noch ein bisschen Leben. Sehr schön. Es hat einfach hervorragend geklappt. Nach 37 Sekunden geht natürlich. Behaupte ich jetzt mal. Da ich ja doch ziemlicher. Noob bin. Geht natürlich um einiges schneller. Ich mag mal behaupten. Manche schaffen es vielleicht. In 10 Sekunden. In 15 Sekunden. Definitiv. Aber okay. Ich bin nicht so einer. Aber. Das Ziel haben wir. Die nächste Glutzonne haben wir. Und das ist das Wichtigste. Und ich freue mich tierisch. Um ehrlich zu sein. Ich freue mich tierisch. Nice. So. Hey Kollege. Das gibt eine Glutzonne. Herzlichen Glückwunsch. Heißt das, dass du jetzt wieder gehst? Äh. Ja. Heißt. Warte ich schnell nochmal Fragen. Ne. Wir verabschieden uns. Ich gehe jetzt. Du kannst jederzeit wiederkommen. Aber bitte tu's nicht. Haha. Was will denn der hier? So. Sehr geil. Wir gucken jetzt nochmal. Auf die Jagdgebiete haben wir alles da geschafft. Hier fehlt noch damals Schnelligkeitsprüfung. Hier fehlt noch damals Schnelligkeitsprüfung. Nora Jagdgebiet haben wir. Alle Halbsonnenkiste. Alle Vollsonnenkiste. Fertigkeitspunkt. Jo. Haben wir doch. Schon zwei geschafft. Von den aktuellen vier. Wo wir haben. So. Hier haben wir einen Datenpunkt. Oh. Wir haben schon wieder drei. Fertigkeiten. Alter. Wir haben schon wieder Kampfüberbrückung. Ja. Kann man machen. Muss man jetzt. Bastler. Können entfernt und wiederverwendet werden. Ausbeute. Schnellladen, Dreifachschuss, ich habe hier Zweifachschuss, natürlich beim Zielen und bei allen Bogenwaffen einen zusätzlichen Pfeil abzuziehen, mache ich A selten, ne? Mache ich verdammt selten. So, stiller Sprint, starker Schlag, Anführerschlag. Anführerschlag wäre sicherlich geil, ne? Würde ich mal behaupten. So, wollen wir den machen? Ja, komm, Anführerschlag kennst dich aus. Jo, nun haben wir doch den ersten schon mal komplett hier. Sehr cool, wir sind jetzt auch schon fast Stufe 40. So, wir gucken mal auf die Karte, beziehungsweise auf die Quest, dann haben wir ja nochmal, weil ich habe Gebiete. Äh, Stufe 20. Binde den Trampler mithilfe des Seilwerfers fest. Das wäre vielleicht noch eine lustige Sache. 1100 Meter. Ja, kann man machen, kann man machen und machen wir auch. So, kann ich bei dir noch was verkaufen? So, Behemothat, poliertes Amulett, weg damit. Verderberlinse, Behemothlinse, Kaninchenhau, Schlagsteinglas, ne, das brauchen wir noch, Wüstenglas. Behalten wir mal sicherheitshalber auch noch, Wächterlinse, können wir die beiden wegknallen. So, Modifikationen, 41, 39, 26, 15, 17. Ja. Wir hauen den weg, wir hauen den weg. Wir hauen den weg, wir hauen den weg. Obwohl, wir brauchen die halt alle noch, ne? Und wir bekommen jetzt schon so viel Gute, Abriss 14, komm weg damit. 19 lassen wir noch. 16 lassen wir auch noch. Ja, die Jungs, weg. 8 haben wir hier. Tarnung, ja, lassen wir auch noch mal. Tarnung lassen wir auch noch mal definitiv. So, dann hätte ich gesagt, wir geben uns doch weiter zur nächsten Quest, beziehungsweise zur nächsten Jägerloge. Ach, ja. Dann laufen wir da mal rüber und können hier noch ein bisschen leben. Haben wir eigentlich recht gut geschafft, ne? Ich brauche halt der fucking Wildschweinhaut noch, ne? Wird wieder nichts, wie es aussieht. das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. So, bleib hier. Sei lieb, sei lieb, sei lieb. So, dieser stille Schlag ist wirklich Gold wert. So, dann haben wir hier noch einen. Das müssen wir natürlich nicht vergessen. Ja, ne Schockspule. Oh, ich glaub, die haben uns gesehen, nicht, oder? Oh. 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 Sorry, aber... Na, Handhabung läuft doch. Bisschen Kohle, bissl hier auf irgendwas. So, wir laufen aber mal weiter. Überlassen Sie ihnen ihr eigenes Schicksal. Und ich werde immer noch beobachtet, wie sie aussieht. Ruhig, braune, ruhig, braune. So. So, Freunde der Sonne. So, sorry mein Lieber. Aber wer nicht hören will... Sägezahn, ne? Sägezahn, ne? Alter, was hatte ich damals Angst noch beim Sägezahn, ohne Witz? So, wir looten das noch. Looten, 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 looten. So, das ganze Verderbniszeug. Oh, sehr netzlich. Reinholz haben wir wieder dreieinhalb Tausend, gratuliere. Wo müssen wir hin? Hier müssen wir hin. Hat er mich gar nicht gesehen hier, oder was? Hat er mich tatsächlich nicht gesehen, der Kerl? Alter, wir sind mehr als gut dran, ne? Alter Verwalter, wir machen jetzt wirklich richtig Schaden. Hey, leck mich fett. So, wir reißen weiter. Ich lass mich immer so aufhalten von denen Viecher, aber... Ich kann dann immer nicht anders, ich muss das dann einfach doch machen. So, der hat uns gesehen, jetzt versuche ich mal doch ein bisschen... Hier wird er... Ich sag mal, ein bisschen abseits zu laufen. So, versuche da noch am besten die noch mir zu schnappen. Damit wir die hier einmal loslegen. Dann wächst da bekanntlich kein Gras mehr. Nice, Trophäe, haltens Stufe 40. Plus ein Fertigkeitenpunkt. Ups, so brauner. So, den knelligsten. Ey komm, wie . ijk komm же. So, Freunde, jeder kommt dran. Spinst jetzt. Alter Schwede. Ich doch jetzt hier fast mein komplettes Ding. Oh, wir haben wieder einen Haufen Kühlsaft. Müssen wir wieder alles verkaufen. Kühlsaft hier. Es fehlt wieder alles. Ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Ja, haben wir aber wieder nicht. So, lohnt sich ja dann fast hier gar nicht zu töten. Ja, weißt du was, ich lasse euch mal hier. Okay, der haut ab. Der haut ab, äh, fuck. Kühlsaft. Ui, ich hoffe, hier gibt's einen Händler irgendwo. Sollte hier, glaube ich, einen geben, ne? Tut mir leid. Großartig werde ich natürlich hier nix mehr bekommen von dir. Das werde ich noch brauchen. Zumindest was den Kühlsaft angeht. Leben, Leben, Leben. Haben wir doch schon wieder. So, dann werden wir hier noch wieder einiges an Kühlsäften verkaufen. Ja, ich muss eindeutig mehr, äh, wir könnten ja nochmal, können wir eigentlich herstellen? Leider nicht, leider aktuell nicht. Uns fehlt viel Rattenzeug, um nicht zu sein. So, aber hey, Tag, Turm, Tor. Haben sie ja gleich geschafft, bei der Jägerloge. Müssen wir nur hier rum. Was denn? Ach, das ist da unten. Okay, dann müssen wir jetzt nochmal hier entlauen. Siedlung, dass man dann das als Siedlung schon bezeichnet, ne? Oder die Waldfeder. So, hier müssen wir nochmal rum. Genau. So, wieso bin ich jetzt eigentlich hier nicht die Dinge runter? Frag mich nicht, was ich jetzt hier wieder getrieben habe, ey. Und schon wird es hier ganz anders, ne? Ganz andere Welt, bitte. So, oh, ich hoffe, ich muss hier... Ei, ei, ei. Ich hoffe doch sehr, dass ich jetzt irgendwie kein Flugmonster... Ah, das sind wir schon, das sind wir schon. Vielleicht haben wir hier sogar noch einen Händler. Dem würde ich mal ordentlich hier Kohle verkaufen. Ja, Hammer. Sehr schön, hallo. So, Rohstoffe. Obwohl so viel Loe haben wir gar nicht, ne? Wir haben hier für den Kühlsaft... Metallgefäß. Zünder haben wir pervers viel. Gras. So, mehrere verkaufen. Kann ich leider nicht verkaufen. Schade, schade. Okay. Lanzenhorn... Komm weg. Verderberlinse weg. Langbeinlinse weg. So, behemmos. Blibla, blu, blibla, blu, blibla, blu. So, ansonsten... Okay, klar, sowas können wir noch... uns weghauen. So, da ist der Kollege hier drüben. Machen wir hier nochmal eine Sicherheitshalber, eine kleine Schnellspeicherung. Und dann hätte ich gesagt... Ja. Beginnen wir nochmal die Quest hier. Hallo. Freilich. So, was haben wir denn? Zeile... Teilezusammentrieb... Oder Fesselprüfung. Ich glaube, wir machen mal die Fesselprüfung. Jetzt ist deine Chance zu zeigen, dass du Grauhabichte fangen kannst. Nein. Lock sie zu dir... ...und binde sie dann fest, um den Test zu bestehen. Nein. Gute Wahl. Rutsch ein Seil runter und die Zeit läuft. So, binde Grauhabichte. Jetzt muss ich erst einmal schauen, wo hier Grauhabichte sind. Wo soll denn hier Grauhabichte sein? Da hinten ist an, oder? Wo soll denn hier Grauhabichte sein? So, dann markieren wir den mal gleich. Wie lange haben wir jetzt Zeit? So... Da brauche ich aber, wie es aussieht, jetzt doch noch was anderes. Inventar. Schattenseilwerfer. Katscher Stolperpfeile. Äh... Ne, wir können schon den Seilwerfer nehmen. Sollen wir dann aber gleich das Beste vom Besten nehmen? Oder... Ich weiß nicht. Alter, da ist der Riesenvogel, ne? Können wir jetzt hier am besten runter? Das ist ja der einzige Grauhabichte, oder? Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass ich jetzt hier runter gehe. Und hier komme ich ja ganz nach unten. So, wie lange haben wir Zeit? Sie doch noch nichts. Bis zum mal! Ach, mein Gott! St Māy ausmacht! Im Gegensatzbuch Fuck Wo ist der Rest von denen? Oh oh Alter, ist doch ein bisserl hier, ne? Wo ist es? Nein! Oh Es ist er Fuck, 2,40. So, ich schleich mich mal. Okay, ich hätte hier Eis nehmen sollen. Also resistent gegen Eis. So, wir gehen mal wieder hier nach oben. Puh, 2,40. Ey, Kollege. Ich glaube, da machen wir doch nochmal das da. So, wir reden mal. Einfach für dich. Eine Vollsonne beim ersten Versuch. Etwas schneller, dann gewinnst du eine Glutsonne. Sehr geil. So, machen wir hier einen kleinen Cut. Wir probieren es dann morgen nochmal. Bei Final Fantasy 15. Macht's gut. Bye, bye. Servus. Euer Franconia.